was geht ab liebe leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von horizon verbinden west dem neuen dlc so meine lieben friends wir haben hier eingekauft und wir sind uns umgeschaut wir laufen jetzt mal kurz zur mission hin sind nicht allzu weit gott sei dank denn schauen wir mal was es da so schönes gibt oder auch nicht gibt man weiß es nicht aber wir hätten hier durchs dorf laufen können die folge gerade sagen wir kommen doch da hoch aber man muss schon sagen es ist schön wieder hier zu sein nach einem jahr holy shit okay ich sollte mich mit zeka treffen und zum turm aufbrechen hier drüben ich bin hier also wie kommen wir zum turm diese wege führen uns hin sucht ihr einen aus okay auf geht's heute ein paar blüden sie kommen automatisch hinterher aber ich weiß kaum etwas über dich zum beispiel wen du auf sternhöhe suchst er ist ein flüchtling es ist doch nicht alles konzentrieren wir uns darauf zum turm zu kommen so geheimnisvoll ohne kreidmaschine hier hin holen ich bin nicht willkommen okay es haut ab das ist gut okay finden wir den wurschen fest aber wie war das noch mal mit dem prämionsfall werden gut es gibt wir haben Angst ich glaube ja ist ja gut wieso geht es nicht mehr? was mache ich denn falsch? da geht es guter weise und am Boden so, weil es mit anderen draht nicht funktioniert hat was ist mir jetzt immer noch ein Rätsel zu weit auseinander wahrscheinlich ist, ne? da waren wir wahrscheinlich zu weit auseinander naja, kann ja passieren weiter gehts hatten wir jetzt ein bisschen Action dabei an Schatten der Story perfekt, oder? gab es nicht ein Schussgerät, wie wir da hochkamen? gab es nicht da irgendwas? na klar, wir können klettern, aber da gab es doch auch was, oder? ja hier geht es nicht lang sehr gut nehmen wir mal die hier oh ja ein Steinchen ah, diesmal sind viele noch dabei wer will das schon? okay okay what the fuck alles klar maximale Gesundheit ist gestiegen, sehr schön okay 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 die waren letztes mal definitiv noch nicht da okay ha okay 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 Schotthaufen, nehmen wir doch mit. Gut. Ja, das haben wir schon bewusst. Ja, wir stehen auf Explosion. Holy Shit. Oh, ich bin sauer. Ja, ich bin sauer. Ich bin sauer. Oh, ist das nichts mehr! Mh, wir kommen da am besten gegen die an. Okay, okay. So, irgendwie versuche ich die Dinger dahinten zu bekommen. So gut aus. Vielleicht fällt sie auf die Säule rein. Okay. 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 jetzt gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Support ist kein Mord. Ihr wisst ja, wie es läuft. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.